Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge AgiTournel. Heute ist mal wieder zwei Folgen Tag, weil ich habe ja von gestern wieder was aufzuholen. Gestern, ich werde es hier auch nochmal in der Folge sagen, ich habe es in anderen auch schon gesagt, ich habe gestern gestreamt und das ziemlich lange, ich glaube 3 oder 4 Stunden oder so. Auf jeden Fall bis halb 3 und bin dann mega spiel ins Bett gekommen und ja, deshalb habe ich den halben Tag verpennt und habe dann irgendwie nicht großartig was geschissen bekommen von den Videos her. Aber jetzt geht es wieder los und ich wollte nochmal Danke sagen an die Leute, die da waren, hat mega Bock gemacht. Echt, ihr habt da richtig, richtig, richtig Laune gemacht. So, was ich jetzt erstmal sagen wollte, hier den Kollegen hier, den werden wir sofort wieder entwickeln, weil ich habe schon alles vorbereitet. Dino, äh, Age waren sowieso, die kann man nicht rausnehmen oder? Ne, ok. Also, du wirst schon mal wieder Prime Meat hier irgendwo rausnehmen, dass wir gleich wieder was reinpacken können. Hier, du hast hier was dabei, Friedhelm, du alter Jagdhund, du hast alles bereit. Und dann lassen wir den entwickeln und ich habe noch was vorbereitet, aber, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Wahrscheinlich, das war gar nicht mal so gut. Ah, doch, 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 das geht. So, ich habe gesehen, dass man den Drachen, den Prime Waver, den kann man entwickeln. Und das kann man hier in Power, Gift, Speed oder Frost. Und ich habe hier alles drin, was man braucht für Power, Gift oder Speed. Und ich glaube, ich mache Power, aber ich will den jetzt nicht entwickeln, weil ich habe, das hier war ein 540er, ich habe den auch extra 540 genannt. Und ich habe heute ein 580er gesehen. Und ich würde sagen, wir zählen heute den 580er und dann packen wir alles, was wir hier drin haben, da rein und dann entwickeln wir den. Okay, ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß noch nicht, ob wir den vorher leveln müssen oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube, wir leveln den trotzdem lieber. Nur zur Sicherheit. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob unser Kano schon am entwickeln ist. Ah, der ist schon am entwickeln, nice. Evolution Alu. Sehr, sehr cool. So, packen wir das rein, was brauchen wir diesmal? 30, 30, 1, 10. Okay, 35 Dino Age. Aber das geht ja relativ fix. Ich denke mal, am Ende der Folge dürfte der die Dino Age zusammen haben und ich habe noch richtig viel von dem ganzen anderen Kram hier. Eternal Kibble habe ich noch richtig viel und Alpha Kibble habe ich auch noch richtig viel. Aber ich glaube, wir brauchen mal noch ein Dodo, ein Eternal Dodo. Und ja, das habe ich eigentlich alles da, soweit, außer halt die Dino Age, die da craftet. Und dann können wir den hoffentlich am Ende der Folge nochmal entwickeln. Und ich will dir mal kurz was zeigen. Nämlich hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich diesen komischen Raffus-Dodo Gasoline reinpacken soll und den auf anderen stellen soll. Aber da passiert nichts. Ich habe das gemacht. Der macht nichts. Ich weiß nicht, vielleicht ist meiner auch nur faul oder so. Du hast nicht so Bock, ne? Ja, ich merke das schon. Lauf du mal weiter rum. Und noch jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass ich diese Darkstars farmen soll. Zwei Stück, weil wir die am Ende für unseren Evolution-Kompi brauchen. Aber das Ding ist übel teuer, weil dazu brauchen wir 15 Seelen. Und 15 Seelen, wir haben glaube ich wie viel? Fünf oder so? Ja, wir haben fünf. Und wir müssen halt auch jedes Mal wieder 200 Blut haben für die Bosse. Hm, wo sind sie? Ja, 200 Blut brauchen wir jetzt mal für die Bosse. Und wir müssen noch 10 Bosse killen, um einmal den Darkstar machen zu können. Das heißt, wir brauchen 2000. Sehe ich das richtig? Wir brauchen 2000 Blut, um alle Bosse machen zu können, um dann genug Seelen zu haben für einmal den Darkstar. Und wir müssen den wohl zweimal machen. Also, das ist ziemlich, ziemlich eklig. Aber Blut habe ich auch noch was im Kühlschrank. Das bringe ich aber glaube ich nachher direkt zu der Boss-Arena und dann machen wir da noch ein paar Bosse. So, das ist jetzt... Jetzt habe ich euch glaube ich komplett informiert. Also das erste, was wir machen, ist mit dem Drachen losfliegen und gucken, ob wir den anderen Prime-Rivern finden. Und wenn wir den finden, dann wird der gezähmt und entwickelt. So, das ist der Plan. Bis gleich, Leute. Ich habe ihn tatsächlich wiedergefunden, der fliegt da oben rum. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er auch hier rumschwirrt. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie machen wir das am besten. Erstmal würde ich sagen, den Drachen auf Passiv, weil ich glaube, das habe ich nicht mal. Und dann müssen wir gleich ein bisschen hinterher. Wir müssen den Buss im Auge behalten. Ist der, ist der Passiv? Ne. Neutral. Passiv. So. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich bin gespannt. Ich glaube, das geht ganz schön in die Hose. Oh nein, da unten ist auch noch ein Dodorax. Komm her. Ey, Drache. Drache, bitte. Komm mit. Hä, wo ist Elton? Hä? Ah, da. Komm her. Warum bist du nicht Akko? Jetzt bist du Akko. Okay, gut, gut, gut. Und ich würde sagen, wir landen hier irgendwo. Kommt er hinterher? Ja, er kommt hinterher. Und dann ziehen wir schnell die Waffe. Und dann schießen wir vorbei. Nein, warum? Oh nein. Und was bist du für ein komischer? Nein. Warum? Nein, warum wieder so viel Action? Nein. Nein, das geht so in die Hose. Du, du hörst erst mal auf. Okay. Und jetzt müssen wir noch irgendwie... Ich treffe niemals. Habe ich meinen eigenen getroffen? Nein, habe ich nicht. Och, der macht so viel Schaden. Ich treffe den... Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh mein Gott, wie sieht dein Leben aus? Uh, das sieht ja noch gut aus. Okay. Oh Gott. Warum ist das immer so schwer? So. Jetzt brauchen wir Prime Meat. Oh, da haben wir gar nicht mal so viel. Aber ist doch genug. Was soll das hier denn für einer? Das ist einfach nur ein Feuerwax. Okay. Der steht relativ fix hier auf. Müssen wir gleich mal gucken. Schießen wir gleich einfach noch ein Pfeil rein. Oh, nice. Ich freue mich so. So, du. Ah, okay. Du bleibst schon lange genug liegen. Wow, das geht richtig schnell dieses Mal. Letztes Mal ging das nicht so schnell, oder? Ach, ich nenne den schon mal 580. So. Und ich meine, dass ich die Richtung irgendwo noch eingesehen habe. Und vielleicht nehmen wir den auch noch mit. Sollten wir, glaube ich, machen. Weil wenn das ein Männchen ist, dann können wir die vielleicht sogar paaren, dass wir immer wieder welche haben, oder? Macht das Sinn? Aber wenn wir den entwickeln, können wir die bestimmt wieder nicht paaren. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich wünschte, ich würde mich ein bisschen besser auskennen. So, der ist weg. Ich fliege noch ein bisschen weiter rum. Guck mal, ob ich den anderen noch wieder finde. Und dann treffe ich uns wieder. Leute, 580er konnte ich nicht wiederfinden. Aber dafür habe ich was anderes wiedergefunden. Was heißt wiedergefunden? Gefunden. Level 600, verdammt. Oh mein Gott. Jetzt muss ich, den muss ich unbedingt kriegen. Und gut zähmen. Komm mal mit. Ey, bist du sauer auf mich? Ja, bist du. Komm mit. Können wir das irgendwo hier machen, wo es so halbwegs sicher ist? Nein, du kommst nicht mit. Dann bleib da. Okay. Wird davon irgendwas angegriffen? Eigentlich gerade nicht. Oh, 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 oh. Oh, ich brutze Hilfe. Kann ich diese Regenerations-Potion auch nehmen? Easy. Genauso wie geplant. Fast. Äh. Prime Meat. Oh mein Gott. Level 600. Ich habe jetzt sicher aufs Geschlecht geguckt. Was war das andere? Ein Weibchen? Ich glaube ein Weibchen, oder? Ist das ein Männchen? Ich weiß es nicht. Wir werden das gleich irgendwie hoffentlich wissen. Das ist ein Männchen. Was? Andere ein Weibchen. Ich bin mir so unsicher. Oh, ich habe es gerade noch gesagt. Ja, ich war schon ein bisschen länger am Suchen, weil ich unbedingt den anderen wiederfinden wollte. Aber ich habe den halt nicht wieder gefunden. Und dann habe ich den Kollegen hier gefunden, was halt noch besser ist. Oh. Oh, du bist so schön. Du siehst genau so aus wie alle anderen. Aber du bist voll schön. So. Haus. Weg mit dir. Den werden wir auf jeden Fall entwickeln. Und wenn wir können, werden wir die vorher paaren. Weil das wäre halt mega traurig, wenn wir den entwickeln. Und dann, wisst ihr? Ja, ich glaube ihr wisst das. Ich meine, ich fliege richtig nach Hause und gucke mal, ob wir die paaren können. Unsere beiden Schönheiten. Und das ist Weibchen und Wändchen. Ich habe es jetzt genau andersrum gesagt, aber Weibchen und Wändchen. Und ich weiß nicht, ob man die paaren kann. Und wir werden es jetzt versuchen. Weil das wäre halt so traurig, wenn wir die entwickeln. Und dann können wir... Oh mein Gott, die paaren. Und das sogar ziemlich schnell. Nice, 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 nice. Kommt wohl ein Ei? Eigentlich müsste ein Ei kommen bei Wyvern. Aber bei den Mods weiß man die so genau. Ich werde hier noch ein bisschen ein U drücken. Und dann komme ich wieder, wenn da ein Ei kommt oder ihr schwanger ist oder was auch immer. Leute, der Moment der Wahrheit ist es gleich soweit. Und die fangen immer wieder an zu laufen. Ich weiß nicht warum. Eigentlich tue die das nicht. Aber wir werden gleich sehen. Und? Okay, schwanger. Wander deaktivieren. Und bleib stehen. Bleib stehen. Bitte. Bleib hier. Wander deaktivieren. Okay, wir haben es. Okay. Schwanger ist eigentlich sogar ganz gut, weil wir haben noch nichts gebaut, wo wir die irgendwie Dingsen können, ausbrüten könnten, die Eier. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut, dass das eine Lebensgeburt ist. Dann, wo gehen wir damit hin? Können wir fast am besten da unten lassen. Ich bin ja gespannt, welches Level da rauskommt. Und welches Geschlecht. Weil wenn das ein Weibchen... Das ist jetzt das Weibchen, ne? Ja, muss ja, wenn das schwanger ist. Ähm. Wenn da wieder ein Weibchen rauskommt... Weil das Männchen, das ist halt ein 600er Männchen. Nein, ich dürfe ihn nicht entwickeln. Nein, ich müsste wieder das Weibchen entwickeln. Auch wenn er ein bisschen schlechter ist. Oh, wir müssen das Baby entwickeln, weil das können wir imprinten. Ich bin sehr, sehr unentschlossen. Hm. Weil wir können eigentlich nicht das Männchen entwickeln. Das ist ja ein 600er und das können wir dann immer wieder zum Züchten benutzen. Und du bist so ein scheiß nerviges Ding, das immer was stiehlt, ne? Piss dich. Ja, du. Genau du. Ja, äh, ja. Ich warte, bis der fertig ist und dann sehen wir weiter. Leute, es ist gleich soweit. Gleich ist der Moment der Entscheidung. Männchen oder Weibchen? Hohes Level oder Kacklevel? Komm schon. Zeig es mir. Bitte. Ein Weibchen wäre eigentlich gut. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ich hab mal Milch gemacht und Fleisch. Ich hab keine Ahnung, was der ist. Reicht wohl Fleisch? Oder doch lieber Milch. Ich nehm mal ein bisschen Fleisch raus und packe auch Milch mit rein. Sicher ist sicher. So. Irgendwas davon wirst du bemögen. So, das ist jetzt ein Weibchen. Und 884. Also höheres Weibchen als das hier. Okay. Also können wir das Weibchen, auch wenn wir das kennen von den beiden, ne? Ist eigentlich wieder mit dem höheren Männchenpaar. Und dann kriegen wir da richtig gute Babys raus immer. Und müssen den hier entwickeln. Ja, das ist ja easy peasy. Ah, nice. So. Du kommst mit, Baby. Komm her. Kommst du? Aber ich muss wahrscheinlich eben die Distanz auf kleiner stellen. Ja, sonst kommt der ja nie so niedrigste. So, kommst du jetzt mit? Ja, geht doch. Oh, das ist so süß. Aber richtig cool gemacht. Das ist schon echt cool gemacht. So, den stellen wir hier irgendwo so dazwischen. Und dann entwickeln wir das Weibchen, was da ist. Und wir müssen... Oh mein Gott, ich hab mich gerade so erschrocken. So, komm her. Da müssen wir noch Wandern deaktivieren. Und ich glaube, der kann ganz gut auf sich selber aufpassen. Fleisch ist drin, Milch ist drin. Mehr kann ich, glaube ich, sowieso nicht machen. So, und dann grappeln wir uns da immer hoch und nehmen aus unserem alten Weibern... Okay, so viel dazu. Alles raus. Komm schon, wir schaffen das. Ja, easy. So. Nehmen wir hier die ganzen Sachen raus, die wir brauchen. Das Herz, Blut, Tokens... Oh, was ist das noch? Das waren nur die Sachen, okay. So, und dann entwickeln wir den. Nice. Hä? Fühlt doch noch was? Finde ich jetzt blöd? Die Tokens. Achso, die haben sich gestackt. So, dann nehmen wir einen Token wieder raus. Und wir brauchen... Oh, 200 muss ich da raus haben. Das ist halt richtig eklig. Ja, 33 kannst du ruhig behalten. So, und wir machen einen Powerweibern. Ja, go. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Ah, das ist so cool, Mann. Da hat sich das Ackern hoffentlich echt gelohnt, weil so viel Blut zusammen zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ohne Spaß. Das hört sich immer so einfach an. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt ist, aber ich glaube, das Fleisch, weil ich habe nicht so viel Milch reingepackt am Anfang. Ich bin mir unsicher. Ja. So, wirst du dich entwickeln, Kollege? Ja, fängt jetzt an. Oh. Hoffentlich lohnt sich das. Hoffentlich ist der übel stark. Oh nein, ich habe die jetzt nicht gelevelt. Aber ich glaube, das macht nichts aus. Das war zumindest bei Arcoms Live immer so, dass das egal war. Man konnte die immer sofort entwickeln. Ich hoffe, dass das hier auch so ist. Sonst ist das halt übel die Blommage. Oh, das wäre halt echt kacke. Ich hätte lieber nur mal sicher gehen sollen und die leveln sollen. Egal. Komm, jetzt ist es zu spät. Wo fliegst du hin? Du kommst nicht vor mir weg. Ich habe grappling hook. Okay, ich habe vorbeigeschossen. Äh. Äh. Ich wollte gar nicht schießen. The Unknown Power Viper. Level 868. Oh mein Gott. Der sieht so cool aus. Oh, das habe ich vermisst. Für Arcos Live war der auch. Oh, der war so cool, Mann. Du siehst richtig, richtig sexy aus. Nice. So. Stats. Ja, der hat schon ein bisschen Leben. 17 Millionen, sehe ich das richtig? Ja. Okay. 900 Schaden. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Schaden der am Anfang macht. Hallo, ist hier nicht irgendwas, was ich angreifen kann? Da ist ein Eternal Dodo. Eigentlich will ich den am Leben lassen. Äh. Hallo. Kann ich bitte irgendwas treffen? Äh. 39.000. Das klingt gar nicht so viel. Unser Endom hat 40.000 gemacht, oder? Jetzt sagt mir nicht, dass unser Endom stärker ist als der hier. Das wäre halt... Boah, das ist so cool, Mann. Ich würde gerne testen, wie viel Schaden ich damit mache. 2.000, das ist halt gar nichts. Ja, okay, 3.000 war das, wegen Mate Boost. 59.000. Okay, dann sind die Mate Boosted gewesen. Da mache ich eigentlich mehr Schaden. So. Oh, jetzt habe ich fast alles im Move ins Spiel gehauen. Nein, ich habe nicht geguckt. Anfangslevel war 868 oder so. Egal, das kann ich gleich nochmal in der Aufnahme nachgucken. 155.000. Okay, der wird gut, Leute. Der wird richtig, richtig gut. Ich werde jetzt gleich erstmal ausleveln. Und das Baby brauche ich auch noch ein bisschen, jo. Da gehe ich doch mal unterwegs, Leute. Bis gleich. Leute, schadensmäßig habe ich den jetzt komplett auslevelt. Und der macht 665.000 Schaden. Also, unser Meisterschaden ist jetzt übel, übel krass. Ich weiß nicht, ob der so mega gut für Bosskämpfe ist, weil er halt übel auf den Sack bekommen wird, weil er keinen Sattel hat. Ich weiß gar nicht, können wir den im Sattel machen? Wir können ja auf jeden Fall jetzt ausleveln. Wie viel Leben hat er denn jetzt schon? Das ist bald 4 Millionen. Aber wenn es sonst nichts ist. Das ist echt 300 Millionen. Das sind 300 Millionen. Ja, klingt fair. Ja, also Leben hat er genug. Und Wurzelspieler eigentlich auch. Der lässt sich nur ein bisschen merkwürdig lenken irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Lenkung ist ein bisschen merkwürdig, aber der hat sogar noch mehr Level. Ich dachte, der wäre mittlerweile mal ausgelevelt. Aber noch nicht. Okay. Alter, der ist so stark. Der ist so stark. Ja, ich fliege jetzt gleich zur Boss-Arena direkt. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir ein paar Bosse machen können. Und dann können wir wahrscheinlich den Alosaurus immer kennen. So, das ist der Plan. Bis gleich. Wir haben auch schon. Und jetzt werden wir sehen, wie gut sich der schlägt. Ich habe hier genug drin für 5 Bosse. Sogar ein bisschen mehr. Nur nicht genug Artefakte. Die müsste ich dann halt erst aus dem Cave holen. Aber 5 Stück ist ja auch schon mal was. Äh... Äh... Ja, Matrix... Äh... Wyvern. Den machen wir, glaube ich, als erstes. Wollen wir zwei auf einmal? Nee. Oder doch? Vielleicht den Gigadats? Der macht aber viel Schaden, oder? Äh... Wir lassen es lieber. Wir machen gleich mal den Giga und irgendeinen zusammen. Ähm... Ich will jetzt auch nicht zu lange mich hier aufhalten. Ich werde das wahrscheinlich gleich nochmal schneiden und die einfach alle wegklatschen. Ihr habt das ja schon mal gesehen. Aber... Ich will zumindest einmal sehen, wie er sich hier schlägt. So. Komm schon. Wyvern gegen Wyvern. Alter, der macht so viel Schaden. Aber ich krieg auch richtig, richtig viel Schaden. Aber das heißt richtig, richtig viel. Aber... Das ist schon ein bisschen was. Ich muss auf jeden Fall mal die Dinger hier reinziehen. Weil ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Wenn wir den verlieren, dann weine ich, glaube ich, in der Folge. Alter, der hält aber auch viel aus, Mann. Komm schon. Obwohl wir schon 600.000 Schaden machen. Ich weiß gar nicht, was noch viel stärker sein soll, als der Wyvern hier. Äh. Obwohl dieser Darkstar, oder wie auch immer der heißt, den kann man ja wohl auch irgendwie zähmen. Der soll, glaube ich, auch richtig stark sein. Mal gucken. Ah, da müssen noch viele, viele Bosse für knallen. Äh. Aber das hält ja locker aus. Willst du nicht mal drauf gehen? Oh, ich glaube, diese hier kann man nicht zähmen. Aber diese Ancients kann man zähmen. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Vielleicht sind die auch übelstark. Ja, halbes Leben etwa. Oh, wir haben... Neue Rüstungssachen bekommen. Sehr, sehr gut. Und ich heile mich jetzt erst mal einmal. Und da sind unsere restlichen Level. Und die packe ich, glaube ich... Wir haben eigentlich schon übel viel Leben. In Gewicht. 40.000 Gewicht. Und Rest der Leben, komm. Scheiß drauf. Jetzt gucken wir mal was... Ah, ne. Wir müssen eine Y-Wand gucken. Was haben wir bekommen? Wir haben einen neuen Helm mit 3.900. Handschuhe. Alter. Und ein paar Handschuhe mit 6.000? Ist das nicht übel viel? Oder kommt mir das nur so vor? Und noch die Chesspeed ist mit 2.400. Warum hat die kein Bild? Naja, egal. So. Dann können wir auch gleich unsere Handschuhe. 6.000? Alter, das ist aber schon krass. 6.000 Rüstung. 5.400. Und es fehlt nur auf die Hose, oder? So, der Helm ist besser. Und ich glaube, das war's. Ja. So, und dann mache ich nochmal Giga und Astro zusammen. Und danach cutte ich nochmal. Ich weiß nicht, ob Giga und Astro eine gute Idee ist. Aber wir werden sehen. Wir können ja heilen zur Not. Oder wegfliegen. So. Der Giga war aber, glaube ich, letztes Mal relativ schnell tot. Wir lassen uns überraschen. Ich heile lieber jetzt nochmal. Obwohl, jetzt haben wir die coolen Hörner. Das ist doch nicht so klug. Aber ich habe Dino-8 dabei. Ah, easy. Hier, Dino-8 hat nämlich keine coolen Hörner. Ist zwar ein bisschen cheaty, aber was soll man machen? Los, kommt. Ich bin bereit. Hallo, Nado. Ignorier mich nicht. Oh, der Kriete auch ganz schön auf die Fresse. Hä, habe ich Mammut gemacht? Ich wollte Giga machen. Ey, komm du auch hier rüber. Ich schieße dich ab. Okay. So. Machen wir... Was macht denn der Schaden? Gar nichts. Okay. Kommst du her? Ich will dich auch anhitten. Oh mein Gott, das Mammut ist ja wohl der Abstand-Einfachste. Guckt euch das mal an, wie der... Aber Mammut haben wir ja so easy weg. Und er macht doch nicht viel Schaden. Aber wenn wir einfach nur die Seelen haben wollen, Mammut verprügeln, würde ich sagen. Das ist wohl... Ja, wollen wir gleich nur noch Mammut machen? Wird halt Sinn machen. Und ich habe ganz schön viel machen auf einmal gesagt. Aber das geht ja übel schnell. Und dann kriegen wir halt auch diese Seelen. Hm, hm. Wir brauchen halt verschiedene für Matrix-Core. Aber ich glaube, um diesen Dark-Stars machen wir aber keine verschiedenen. Jetzt kriegen wir richtig viele Rüstungsteile und letztes Mal gar nichts. So. Was hast du noch so? Okay. Das nehme ich. Das nehme ich. Boots mit 5000. Oh mein Gott, ich freue mich gerade, wie so ein kleines Kind. Das ist richtig nice. So. Ich brauche nur noch eine Hose. War hier eine Hose bei? Nein. Ah, 6000 Helm. Was geht? Alter, das ist fast... Oh mein Gott, wie gut. Ja, wollen wir einfach Mammuts verprügeln? Ja, los. Dann beschwören wir jetzt noch zwei Mammuts. Komm, dann bleibt ihr jetzt dabei. Ah, die droppen bestimmt auch schlechtere Sachen, oder? Da machen wir einen Mammut und einen Giga. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Wir machen es einfach. Bei mir geht es eigentlich nur um die Dinger hier. Äh. Wo sind sie? Da, diese Seelen. Ne, das ist doch... Ne, die da. Okay. Ich war gerade verwirrt. Um die Dinger geht es mir nur. Wenn wir die haben, dann können wir diesen Dark... Oh nein. Ah, in die Tasche haben wir reingeguckt. Ah. Warum bin ich so verwirrt? Ich bin so aufgeregt, dass wir so gute Rüstungssachen bekommen. Ich brauche doch noch eine Hose. Ah. Das sollten wir auch noch hinkriegen, hoffentlich. Ah, guckst du, das ist... Hier. Das ist ja kein Kampf. Habe ich zweimal Giga gemacht? Ist das zwei Gigas? Ist das eigentlich ein Giga? Äh, das ist eine, oder? Ah, der ist halt auch so weg. Ah, die sind auf jeden Fall easy peasy. Vom Mammut haben wir, glaube ich, die Sachen gerade nicht so bekommen. Ah, da liegt eine Tasche. So, gucken wir mal rein. Okay. Äh. Okay. Ihr wollt mir auch nichts geben, ne? Mammut gibt vielleicht schlechtere Drops, das kann sein. 6600er Handschuhe. Okay, der Rest ist... 6600er Chestpiece. Welche, wie viel hat meine? Oh, nice. Wenn ich doch nur eine Rose hätte. So. Aber, die restlichen Sachen sind richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch zurück und dann weg in den Alu. Wir sind wieder in der Base. Und ich muss das hier jetzt ganz schnell reinpacken und dann schnell craften, weil der ist die, wenn ich die da reinpacke. Ich habe gerade schon zu wenig Alphacabill gehabt, weil der hat mir irgendwie 10 Stück aufgegessen oder so. Aber, jetzt packen wir die ganz schnell rein. Zack, zack. Und entwickeln. Okay. Wir haben es geschafft. So. Hör auf, die zu essen. Gib mir das alles wieder. Ja. Dreckiger Alu. So. Entwickel dich. Und du brauchst Zuneigung. Was willst du? Kuscheln. Du bist der Beste überhaupt. 14% Prägung. Das ist ja gar nicht mal so viel. Da sitze ich wohl heute noch ein bisschen länger dran. Aber das ist kein Ding. Dafür haben wir dann super Drachen am Ende. Vielleicht stelle ich auch die Prägungszeit noch ein bisschen runter. Eigentlich sollte die sogar ein bisschen weiter runter sein. So. Was ist mit dir? Wie lange brauchst du noch? Okay. Du bist jetzt auch so weit. Oh. Da haben wir wieder richtig, richtig viel geschafft. Wir haben ein Prime Wyvern Baby, was übel, übel gutes Level ist. Ich glaube 5 unter Perfekt, oder? Ne, 899 ist Perfekt. Okay. Dann doch nicht ganz. Aber. Super, super starken Drachen, der jetzt unser neuer Bosskiller ist. Und unseren Evolution Compi haben wir dann zweimal entwickelt sogar diese Folge. Also echt erfolgreich. So. Was willst du jetzt? Rex. Nice. Der sieht ja mal mega, mega cool aus. So. Du kriegst hier dein Filet rein. Damit du wieder... Na du? Greift er mich ja nicht an, wenn ich... Ich will es nicht herausfordern, sonst greift er noch meinen Prime Wyvern an. So. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oh, meine Arme aussehen ja richtig schnieke aus. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge Törne wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und tschüss. Jasonizagin. Und lampadadadadadadadadadadadadadadadadadad 2011